Ok, es geht los. Are you left or right hand? Ja, ich würde mal sagen, ich bin Rechtshänder. Achso, ok. Style, what is your perfect name? Oh Leute, da bin ich jetzt wieder gespannt. Versuche ich mal die Location? Ich versuch's mal. In der Hoffnung, es wird mir nicht schlecht. Yeah, thank you. Geil. Krass. Alter, Leute, sieht das geil aus. Und jetzt? Geht das wieder hier rein? Achso. Hm. Oh. Ja, hier ist ein Teil der Teleport-Dimente. Ja, da ist ja noch nicht so, wie es mit der Teleport-Dimente ist. Ja, das ist ja noch nicht so, wie man mit der Teleport-Dimente ist. Also Leute, ich musste Teleporting einschalten, weil ich bin auch nicht so sehr daran gewöhnt und ich würde dieses Spielchen hier genießen und nicht gleich kotzen. Deswegen lieber Teleporting! Krass Leute, aber es sieht so geil aus! Es sieht so geil aus! Ui! Oh Gott, oh Gott! Hi! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, jetzt bitte da! Okay, ich habe noch nie mit Schwerge kämpft, aber Leute, ich versuch's! Oh Gott! Oh Gott! Das gefällt, ich sterbe gleich! Mein Leben sieht nach gut aus! Jetzt da! Komm! 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 Oh Gott! Oh Gott! So, ich geh weg! Geh weg! Woah! Also Leute, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen Fitness, muss man sagen! Oh Gott! Oh Gott! Tut! Puh! Okay! Es ist cool, Leute! Es ist wirklich, wie wissen wir, ängstigend! Vor allem, weil man kein Zimmer mehr hat, wo man im Zimmer ist! Oh! Hi! Meins, meins, meins! Mmh! Leckerer Bier! Oh! Mein Geschwipps! Das ist ja zu viel! Wie geil! Das ist ja zu viel! Das ist ja zu viel! Das ist ja zu viel! Oh Gott! Das ist ja zu viel! Das muss man mal sagen! Hier kann man echt viel! Ja, leid! Es tut mir leid, dass ich teleportiere! Ich weiß! Wie finde das sicher alle uncool! Aaaaah! Hey! Ich will nicht, dass mir schlecht wird! Check your... Progress by opening... Ich bin schon wieder ganz nah beim Sofa! Ich ziehe gleich da rein! Platze! Mmh! Also hier kann man auf jeden Fall sehr viel fahren! Alles meins! Meins, meins, meins! Stört das der Parklieber gar nicht, dass ich alles hier klaue? Schöne Licht! Uh! Jäger! Oh! Was ist das? Du hast keine Tasche! Cool! Egal! Wenns Bier hier ist, müssen wir was trinken! Lecker! Oh! Ich hab mich schon dran gewöhnt! Nicht mehr beschützt! Oh! Oh! Das wollte ich gar nicht! Wieder zurück hier! Was hab ich denn hier alles? Wo ist eigentlich ein Schwör? Weg! Ah! Da ist ein Schwörchen! Ist das überhaupt nicht schwer? So! So! Neins! Jetzt lasse ich das jetzt! Was? Oh! Wo ist das? Wo ist das? Huh! Was ist das? Und wenn du hier ist, kannst du? Ich habe das immer besser. Was ist das? Was ist denn? Ich zieh noch ein bisschen Geld für mich und hier ebenfalls ein Bierchen. Ja, Mist. Da sind wir hier gleich mit Schwerf selber. Ja, ich glaube, du bekommst mir das gleich. Hi, sorry, since I must have been lost. Okay. Das ist nass im Trudeau. Ich sag nicht, dass ich krieg in Ruhe. Ah, das ist ja. Okay. 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 Ihr Leute, der sieht doch mal gut aus, ne? Guckt ihr das mal an. Okay, ich konzentriere mich. Okay. 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 Oh, das ist wirklich gut. Ja, mach mal ein hübscheres Schwörb bitte. Ich nehme dafür die Münzen. Ja? Dankeschön. Ja, sieht gut aus. Hm, diese Muskeln. Okay, ich konzentriere mich wieder. Was kann man denn hier so schönes nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Schwert. Und jetzt? Ja, bitte. Jetzt muss ich mein Schwert, das siegelt wieder. Kann ich das auch machen? Ja. Wie sieht mein Schwert schön aus? Ja. Wie sieht mein Schwert schön aus? Aber krass, dass wir nicht alles tun haben können. Ach, passt schon. Ja. 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 Das ist immer gut, oder? Kann ich das immer beitun? Ja. Okay. Ich habe nichts genommen. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das üben wir nochmals. Wahrscheinlich hätte er das nicht nur noch mal einfacher. Vielen Dank. So, warte mal, wie ging das? Ich will ja nicht runterfahren. Zuck, 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 zuck. Zuck, 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 zuck. So, dann gehen wir gleich mal hier raus. Zuck, 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 zuck. Krass, zuck, 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 zuck. Krass, zuck, 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 zuck. Ich denke nur, ich denke nur, dass es ein bisschen ruckelt. Weil ich euch hier nicht mehr... Weil ich euch hier nicht mehr... Hi. Ja, hi. Bösser Hund, bitte. Okay, ich weiß nicht, ob du mich nicht machst. Okay. Okay. Dann nehme ich halt dieses Stückchen. Ja? Siehste? Da sind wir Freunde. Guck. Da ist dir. Ja komm. Ja, komm. Jetzt sind wir Freunde, ne? Jetzt sind wir Freunde. Okay. Dann vor sich gleich, ne? Ja, los. gut macht ihr das ich finde das Spiel mega geil was will noch mehr Hunde, Pferde, Tiere das ruckelt es ein bisschen, aber ich denke das ist wie die sind, weil ich hier gleichzeitig noch aufnehme ich kann mich nicht so gut aussieken wie ihr das ist, wie ihr denn? Nein. Nein. Ich komme mal. Eigentlich, weil es für das Pferd geht, aber... Okay. Kann man auch schon... Ja. Aha, ich bin ein großer Maus, dass ich weiß. Guten Tag. Any message from the Eagles this morning? Okay. Ach so. Genau. Gott, das war jetzt gerade erschrecken, Leute. Ich bin irgendwo bei mir, wo ein Fissen ist und der Hund steht gerade da. Da dachte ich gerade so... Der Hund verfolgt mich jetzt, ne? Das ist nicht dein Fleisch. Nein. Nein. Hier weg. Das ist noch ein Tisch. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. So. Ja, jetzt reicht es aber hier. Ich guck dir nicht. Mal guck. Das wäre für dich gewesen. Eigentlich nur das hier. Sitz. 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 Na, da nicht. Sitz. So. Da ich das schwarze Fett eigentlich cooler bin. Geht's zum schwarzen Fett. So. Sind wir jetzt Friends? Nee, die scheißen wir immer noch kein Friends zu sein. Oh, ich tue dir doch nichts. Joi, ganz ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Und da geh ich mal die Leiter hoch. Weil ich hier was gesehen hab. Das ist ja wie das Kleinspiel, das ich noch nicht besitze. Aber warte. Oh, ich kann mich schon vorstellen, dass das anstrengend ist. Jetzt kriege ich ja Muskeln in den Armen. Kann ich mich jetzt fallen lassen oder sterbe ich? Ah. Nö. Alles jetzt. So. Hier alles. Nein. Was ist denn der Hundi? Was ist denn der Hund denn? Was ist denn der Hund denn? Ja, ich bin ja Jammer. Sag mal. Was ist mein Hundi? Ups. Mmh. Lecker. Da kann ich doch ein bisschen Fallbogenunterricht geben, ne? Ja. Okay. Und jetzt können wir... Beautiful. Auf jeden Fall. Ja, das. Lass uns. Lass uns. Lass uns. Lass uns. Lass uns. Oh mein Gott. Okay. Lass uns. Wie echt wie geil. Ups. Ja, halt. Fass sie. Huss. Huss. Ja, halte ich. Ups, sorry, das ist ja sehr eingeschickt von mir. So, geht so. Haha, ja, ja. Würde ich auch sagen. Würde ich zwar nicht hin, aber... Das ist okay. Okay, ich glaube, ich kann es. Okay. Okay, alles klar. Danke, Koleu. Jetzt, genau. Ein Rad, was brauche ich denn, ein Rad? So, gleich jetzt das Pärtchen hier netter. Nein. Du siehst viel zahmer aus. Oder auch nicht. Ja, Leute, das Spiel ist so geil. Ich werde gleich auch mal die Kamera nachher ausschauen, um zu gucken, ob es dann nicht mehr so doll ruckelt. Was ist mein Hund? Da ist es. Ja. 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 Das ist ja echt wie klein wenig. Nein klein. Ja ok. Ja ok. Ja ok. Ja ok. Ja ok. So kann ich mir klein vorstellen. Vielen Dank. Also hier kann man echt alles machen, mit Tieren spielen, Klettern, Schwerte bauen. Oh ja, das ist fair, kann man nicht sterben. Oh ja, das ist fair, kann man nicht sterben. Ja, ich weiß, dass du mich liebst. I love you too, I love you too, I love you too. Puh, das ist echt ein bisschen anstrengender Leute, ob ihr es glaubt oder nicht. So. Vielleicht kann ich mit denen ein bisschen schwerten. Ich will gerne mit Tieren. Ich will mit mir. Ich will mit mir. Stop, stop. Please. Okay. Okay, lass mich dann halt ein Fleisch hier brauchen. Und warum? Weil es einfach super. Zack. Okay. 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 Let's put. Okay. 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 so so leute ich glaube das war es mal für den ersten einblick des tutorials ja echt ein mega geiles spiel jetzt schon das nehmen wir natürlich noch dann vielleicht auch nicht aber hier ist noch was ich gar nicht geöffnet also leute ein richtig geiles spiel muss man so sagen man verliert auch jegliches gefühl im raum wo man überhaupt ist das noch ein geheimnis okay ja bis jetzt fünf sterne von fünf sterne würde ich sagen ja schalte gerne wieder beim nächsten mal ein was sieht sich